Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raw of the Fall. Es ist mittlerweile die sechste Folge schon und heute habe ich die Haare wirklich richtig scheiße, Leute, aber es kann euch ja am Arsch vorbeigehen, oder? Nee, aber ja, Spaß, Leute. Ähm, ich muss demnächst wieder zum Friseur und jo, ich nehme die Folge auch später auf als sonst. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, ja, eine sehr kurze Folge machen und ja, Storage, hallo, Storage. Und, ah, hier ist noch mein, äh, meine Sachen, nicht früher noch, dabei hatte ich immer, ich habe es, äh, 5? Ich habe es 10, ich habe es 10, was ist denn, ey? Ich habe es nicht gesehen, Leute. Ja, gut, Leute. Ähm, ich kann hier noch ein bisschen Essen kaufen, auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Äh, Rüstung, wir haben keine Dinger. Okay, lol. Ähm, ah, doch, 10, 10, 10, 10, genau. Äh, kaufen wir noch einen Rüstung, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wasserwarte-Protection-2? Protection-Nein, die habe ich schon. Ich bräuchte eventuell eine Hose, wäre nicht schlecht. Warte, eine Hose. Hose hier, zack, 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 5, klack, klack, boom, bang. Ja, eine neue Hose. Ja, gut, Leute, ich weiß nicht, ob das Vergeudung jetzt war, aber, ey, man muss ja mal, man muss ja mal, ey, was können, oder? Ach, hab ich gesagt? Ja, ne, Spaß, Leute. So, wir sind jetzt, es gab, äh, und, äh, genau, ähm, was ich auch noch sagen wollte, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht, äh, gerade an diesem Punkt, wo ich vorhin ausgelockt habe, mich wiedergefunden. Ich habe vorhin schon aufgenommen und dann ist mir ein Fehler passiert und zwar, ähm, wurde ich nicht teleportiert. Ich ist gerade, ich bin einfach nur gerade ausgelaufen, da kam so ein Loch, da bin ich reingejumpt und wurde einfach nicht teleportiert. Und, das ist halt das Problem gewesen und jetzt bin ich einfach hier und, ja, das, da wird es wahrscheinlich schon weit geben, oder? Hier, Bossfight unknown, press button, when ready, ready, I'm ready, bitch, bitch, bitch. Habe ich essen? Habe ich das? Habe ich das? Ich habe keine Heal Potion, aber komm, wir probieren es mal, wir probieren es mal. Bossfight unknown, special abilities unknown. Wir sind jetzt hier, ähm, in einem, in einer Arena. Was ist das? Oh, 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 zwei, zwei Ramobs, zwei Ramobs, die sind krass, die Typen, die sind krass drauf, die Typen, oh, oh, die dürfen mich nicht zu viel hinten. Aber, ja, soll da nicht gehen, soll da nicht gehen, die hinten mich gar nicht. Oh, das ist ein Stut. Oh, gut, gut, oh, die, ich darf sie nicht spawnen lassen, warte, ich muss vielleicht die Knöpfe da drücken, ich muss mal vielleicht den Knopf da drücken, warte. Was ist das? Was habe ich jetzt da gemacht? Spawn jetzt wieder so viele Zombies und Zeugs gedöhnt, das ist hier richtig, oh, ja, es spawnen wieder richtig viele. Scheiß, scheiß, das ist nicht gut, das scheiß mich gerade an. The Dream World is open, open Altar, was, Altar, open, was, holy shit, holy shit, open, der Altar, was, the Dream World is open, was, wo, hier, Altar, bam. Oh, go, go, seht ihr genau das, Leute, genau das ist das Problem mit den TPs, oh, es geht einfach, oh, ich muss essen, ich muss essen, hier warten sicher irgendwelche Zombies, ja, genau. Open der Altar, ich muss ein Altar öffnen, ich weiß nur nicht wo und das ist nicht gut, das ist nicht gut, ähm, ja, es geht wahrscheinlich immer ein bisschen, ah, ich lasse den in Ruhe. Oder muss ich da hin? Mir scheint, dass ich da hin muss, oder es sieht zumindest so aus, dass ich dorthin muss und ich habe von unterein eine bessere Hitbox, mein Freund. Ja, gut, aber ich werde zu dir gespielt. Achso. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich mache einfach hin, was ich, ich habe keine Ahnung. Ne, Leute, wir haben jetzt, wir versuchen jetzt hier den Boss zu machen, obwohl ich jetzt nicht wirklich die große Ahnung habe, was ich hier mache. Aber ja, gut, ich habe ich gesagt, dass ich das machen muss, ja, 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 na, ich war so, Leute. So, ich muss vielleicht jetzt, na jo, ich habe dir einfach mal ein paar XP gegeben, du gibst ihn wieder zurück, mein Freund. Oh, es sind richtig viele Zombies, ich renne einfach durch, ich renne einfach durch, ich kenne gar nichts. Oh, was, man muss da hoch, oder was? Was ist denn los? Da genau, da ist ein Hütchen, da ist ein Hütchen. Ein Hütchen, ein Hütchen, habe ich kein Hütchen, oder? Nein, es ist keine Hütte, scheiß. Hier ein Brunnen, da geht es auch nirgends hin, okay. Es ist ein bisschen dunkel für euch, wa? Ja, es ist sehr schlecht, warte, ich habe es, oh, 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 ich muss, schnell, schnell, nein, 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 ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich bin, ich bin tot, ich bin tot, nein, nein, ich lebe noch, okay, gut. Okay, ich bin ein richtig dummer Typ, ich mache einfach mitten in Aufnahme, oh, 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 holy shit, oh, 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 hey, das ist ein bisschen dunkel, aber ist dummelein, Mann. Muss ich hier hoch? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, steht etwas im Chat. The dream is over, used to the-ding is in the altar. Oh, ich bin, der Typ hat so viel Rückschuss, was? Oh, was? Was, wie viel Rückschuss hat denn der Typ? Hat er das gesehen? Aber jetzt glaube ich auch ein Ram, ob das heißt, ja, er kann, er kann das. oh 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 also ich hab richtig Angst vor dem Typen der Ball hat mich auf jeden Fall, oh oh, da ballert mich jetzt jetzt oh, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt mal ein bisschen rennen ich muss jetzt rennen oh mein Gott Leute also es wird eine krachte Sache aber ich hab keine Ahnung wohin oh, open the Dings in der Altar, the Dings in der Altar man, ich hab keine Ahnung was ich machen muss oh man, also jetzt kann ich hier schnell Shaders, non zack, 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 jetzt seht ihr wieder mal was das oder was hä, ich weiß wirklich nicht shit, vielleicht etwas, ich muss vielleicht hier mal open to LAN wegnehmen ah, nein, scheiße ich muss jetzt schnell wieder zurück ins Menü und jetzt wieder rein jetzt sind wir nicht mehr im LAN das heißt, wir können jetzt hier den Questlog ganz gechillt öffnen und jetzt einfach mal lesen wir können jetzt einfach mal lesen wir können jetzt einfach mal unser Leben genießen weil ich musste halt vorhin in Game Mode um die Command Blocks zu sehen um die Koordinaten um mich zu tp'n ich hab nichts verhindert dann bin ich dabei in jeden Tag und ihr dann könnt ihr auch schauen von der letzten Folge jetzt und ich hab nichts verhindert so ähm kill Blesius kill Lord Frotzenberg haben wir ihn gekillt? ja, ja genau ähm you found out that an old temple was hidden under the castle perhaps you will be able to clean greener from demons and stop the corruption complete final event ich bin einfach allein und möchte dieses scheiß finale event machen, man ich hab einfach keinen Plan wie ich geh jetzt einfach da runter Yolo einfach mal Yolo-Sprung oh, das ist vielleicht nicht gut gewesen oh, oh, Rettnerin, mal rein jetzt muss ich, jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss ich bin, ich stehe jetzt hier mitten in, in der Pampa irgendwo ähm, nirgendwo stehe ich jetzt hier und stehe vor diesem Haus äh, das ist einfach die Türen verschließt von mir vielleicht hier? vielleicht gibt's hier in was mit diesen Bäumen haben die Bäume etwas auf sich sind sie aus Nahrung, ja, oh, scheiße, scheiße, scheiße scheiße, 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 scheiße ja, wahrscheinlich haben die nichts auf sich ähm hier kann ich auch nicht rein es ist, es ist wirklich komisch also ich weiß nicht, was ich hier machen muss also es heißt eben das mit Altar, Tempel und ja, jetzt nicht mehr oh, da drin nee, das ist auch, das ist das gleiche das gleiche, wie ich immer gesehen habe oder das gleiche, wie ich immer sehen werde äh, scheiße, ey ich hab immer die gleichen Hoffnungen die einfach immer wieder gleich zerplatzen, man mein Leben hat keinen Sinn mehr, man nee, aber was muss ich jetzt wenn ich jetzt hier reingehe, ne? oh, du, du oh, hey, dann, zack ja, sorry, das war jetzt zweiter deutsch ein bisschen scheiße, deutsch geflucht, oh scheiße, scheiße, scheiße ja, das war halt schweißer deutsch geflucht ich tue mir leid, tue mir leid, tue mir leid ähm, ja, ich bin halt Schweizer für die, für die Leute die Leute so gekommen sind es sieht ja richtig viel in der letzten Zeit gerade aber ich, ja, es freu mich auf jeden Fall richtig derbe äh, also, ey, Leute aber, ähm aufregend tue mich jetzt etwas und zwar, muss ich hin? muss ich die Leute, Typen killen hier? nee, eigentlich nicht, oder? es kommt ja nicht drauf an, ob ich die Typen gekillt habe oder nicht hab ich zumindest gedacht na, ich lass sie lieber, oh, was das ist so krass diesem Rückstoß, was die haben die haben einfach ihr Leben Leben gefestet, ey ja, ich, ich renne, ich renne im Kreis ich renne im Kreis Leute, ich sehe schon, komm die letzte, die letzte, der letzte Part wird erschienen wahrscheinlich wieder tausend Jahre gehen, es tut mir schon richtig leid jetzt und es tut mir auch weh im Herz damit ich, äh, ich will die Folge morgen hochladen ich will jetzt nicht noch hier jahrelang rumcruisen aber ich will auch die die Adventure Map zu Ende führen jetzt aber das wird halt, äh, eins und das andere kann ich vielleicht nicht, weiß ich nicht mal schauen, vielleicht muss ich dann halt die Adventure Map noch ein Paddel hinziehen also, ist ja dann auch nicht schlimm, oder? glaube ich zumindest, ich weiß nicht, ähm, also mir gefällt auf jeden Fall so ein Adventure Map mal zu spielen ist mal was anderes, halt so ein kleines Projekt oder, oder hast du deine Kleder aufgemacht und deinen, deinen Besen gekauft, oder was, ey äh, was mach ich eigentlich hier ich muss da hoch, ich glaube ich muss da hoch, aber ich weiß nicht wie um Gottes Willen, ich weiß nicht wie hoch vielleicht hier irgendwo, irgendwo hinten, hinter den Bäumen da ist gar nichts, ich muss da hoch ich muss da hoch, aber vielleicht muss ich auch nicht da hoch, aber man bin ich dumm ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, ist das einfach ein Zombie oder ein Skelett, Leute, für die, für die, ähm, für die, äh, äh, für die Juden, was? oh man Leute, nichts gegen Juden, ne, nichts gegen Juden, ja, aber ich mag alle Juden, ich mag alle Menschen, generell, solange sie, solange sie, solange sie, halt korrekt sind, mag ich die Typen, mag ich alle Menschen, so, man, aber was, was ist jetzt hier los? oh man, ich, äh, nein, ich bin jetzt einfach nur hier am rumgammeln laber irgendwelche Scheiße das sag ich unnormal, aber ich laber irgendwelche Scheiße, renn hier die ganze Zeit hin und her und mach einfach nix, ich muss, ich kille jetzt mal einen von diesen Typen, ne kille es einfach mal einen von diesen und die geben mir nix, ne vielleicht eigentlich von diesen Rare Mops vielleicht, oh man, die Nerven, die Nerven extremst weit da kannst du nicht machen, da kannst du einfach nix, da machst du nix, da machst du nix, da machst du nix, du kommst nicht dran, man, ok wenn die dann noch riesenviele Leben haben, dann, dann kotzt mich das an da kotzt mich da mein Leben an, Leute da kotzt mich da mein Leben an nee, oh, ich muss, ich muss ihn wieder pullen muss ich wieder pullen so, 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 so ich glaub ich mach, oh, oh, shit, 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 shit ja, hat er was gedroppt? nee, dann nicht gedroppt, Scheiße, was was soll ich jetzt machen? was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen? ich mein, ähm, ich steh jetzt hier äh, komm ich da hoch, komm ich da hoch nee, nie, niemals, niemals komm ich da hoch oh, das sieht, das sieht ganz schlecht aus von uns vielleicht sind wir auch einfach am falschen Ort hier vielleicht sind wir am falschen Ort teleportiert worden und wir denken jetzt einfach ja, das muss hier irgendwo eine Lösung sein obwohl es hier des Lösungs des Rätsels Lösung gar nicht gibt das wissen wir natürlich nicht vielleicht ist hier im Wasser die des Rätsels Lösung befindet sich unter Wasser vielleicht hier in diesem Loch in diesem zwielichtigen Loch, wo mich ein Skelett jetzt wieder mal abschießt man, in diesem zwielichtigen Loch ich mag zwielichtige Löcher nicht oh, den kriegen wir 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 oh, der andere ballert mich auch schon wieder mal den Baum ran aber ich mag eigentlich Bäume kein Ding soll ich da hoch? darf ich da hoch? ich darf nicht da hoch ich darf nicht da hoch ich darf nirgends hin ich bin einfach hier gefangen auf dieser, ich bin gefangen auf dieser Insel hier Peter hol mich hier aus kill den kill den man Leute, hast du mir auf jeden Fall ich sollte wirklich mal mich informieren also die nächste Folge werde ich mich auf jeden Fall informieren ich glaube ich muss ich muss leider die Folge jetzt hier schon bänden weil es ist schon 8 Uhr 10 Leute es ist krass es ist krass aber ich muss dringend jetzt schon die Folge bänden weil ich halt noch ähm andere Sachen zu tun habe weil ich noch Schule habe und so weiter und so fort aber Leute ich hoffe ich habe die Folge trotzdem gefallen weil es war jetzt eigentlich eine richtige Scheißfolge muss man einfach mal sagen dazu sagen ja es war eine Scheißfolge ich habe nichts gemacht ist hier wirklich nirgends etwas kein Knopf kein gar nichts kein 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 Loch was einfach nix einfach nix in den in den verkackten häusern nix nix vielleicht hier in der Grotte ich schaue noch schnell in der Grotte aber dann sollte es dann auch gewesen sein mit dieser Kacke hier tut mir auf jeden Fall leid leid tue mir schon jetzt 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 leid oh man Leute ja gut Leute was soll ich hier mehr dazu sagen ich sitz hier vielleicht noch da wo ich immer gedacht habe wo ich immer Hoffnung drin hatte wo ich immer gedacht habe mein Leben hat jetzt seinen Sinn aber nee aber nee hat es einfach nicht jo Leute ich muss jetzt die Folge wirklich bänden hier ist komm ne ist sicher nicht ja ich muss die Folge jetzt wirklich beenden denn es wird langsam Zeit zu gehen irgendwann wird es Zeit zu gehen und damit wir sagen mit diesen Skeletten die mich abschießen halt da rein Leute bis zum nächsten Mal es war eine wunderschöne Folge mit euch und ja Leute sorry dass ich nicht wirklich was gemacht habe ich schau am nächsten Mal noch in den Brunnen hab ich gemerkt und ja da würde ich sagen halt da rein Leute bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal